Dass da ein paar Leute dann so blödsinniges Zeugs machen, weil sie gerade nichts Besseres zu tun haben und irgendwie da in irgendwelcher Bierlaune offensichtlich sind als am Samstagsmittag und dann meinen irgendwie Ho und He und H. Das ist natürlich ein vollständiger Blödsinn. Aber dass das jetzt da durch die ganzen Medien geht, das ist dann auch wieder zu viel des Guten, auch für Karin gegenüber. Wir brauchen das auch nicht weiter thematisieren. Die, die das gemacht haben, sollen sich mal fragen, was sie da für einen Scheiss machen und für einen vollständigen Blödsinn. Und solle sich mal dafür schämen. So was macht man einfach nicht. Da kann man zu einem sagen, du, das sagt mir lieber mal ein Schimpfwort zu einem. Oder sagt man irgendwas als so ein Scheiss, sich da auf Kosten für andere, da meine zu amizieren zu müssen mit irgendwelchen Samstagsmittagen. Wahrscheinlich kann ich das nur erklären, dass ich da der ein oder andere Bier ziehtrunken hatte, dass ich auf so Blödsinn komme.